Was geht es darum, unsere Partner am Weg zum Erfolg zu begleiten? Es geht darum, unsere Partner am Weg zum Erfolg zu begleiten. Ich habe immer wieder die Frage, Einarbeitungszeit, Startzeit. Natürlich sind wir hier mit den Ärmeln hochgekrempelt dabei. Wir sind aber dann nicht weg, wenn diese Einarbeitungszeit quasi bewerkstelligt wurde. Dann sind wir auch in Zukunft für unsere Partner da, weil es geht um eine langfristige Partnerschaft. Es geht um stetige Weiterentwicklung. Wir hören nicht auf, besser zu werden. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man diesen Anspruch hat, als Branchenleader besser zu werden. Und wir begleiten nahtlos vom ersten Tag, solange wir eine Partnerschaft haben und leben. Ich glaube, wenn ein Franchise-Interessent zu uns kommt, da muss natürlich irgendwo eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe sein. Der Interessent erwartet natürlich, dass er mit dem Modell Remix seine Geschäftsideen realisieren kann, vielleicht verbessern kann, wenn er schon in der Branche tätig ist. Wir erwarten uns einen Partner mit höchster Qualität, der wirklich seine Kunden bestens betreut. Von der Organisationsstruktur her sind wir ein Franchise-System. Das heißt, eine selbstständige Remix Österreich Zentrale, ein selbstständiges Büro in Kufstein, ein selbstständiges Büro in Innsbruck, ein selbstständiges Büro in Eisenstadt. Lauter selbstständige Unternehmer. Und in diesen Büros gibt es teilweise selbstständige Makler und teilweise angestellte Makler. Das ist wie der Makler und der Bürobetreiber sich das ausmachen. Bei uns herrscht prinzipiell Start-up-Stimmung. Das heißt, wir sind innovativ und wir denken in die Zukunft. Aber der große Benefit ist auch, dass wir auf Erprobtes und auf Erfahrungen zurückgreifen können. Somit haben wir die Erfolgsquoten am Tableau und somit sind wir bestmöglich auch beim Skalieren von Erfolgen. Und das macht, glaube ich, auch unser tolles Netzwerk in Österreich aus, dass wir von guten und Best-Practice-Beispiel lernen können und das für ganz Österreich für jeden Makler, für jede Maklerin einsetzen können. Für unsere Franchise-Partner bestmöglich auch für den Markteintritt, für den Aufbau eines Unternehmens bestmöglich liefern können. Franchise-Nehmer und Makler erwartet bei Remax nicht nur das mit Abstand erfolgreichste Immobilien-Franchise-System, sondern auch die klare Nummer eins in Österreich, die bekannteste Marke, eine Top-Aus- und Weiterbildung in der Remax-Akademie, Vorteile im Bereich Marketing und Technologie, ein gelebtes Netzwerk, hohe Qualitätsansprüche und für uns auch ganz, ganz wichtig die Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzender Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen.